Hallo meine Lieben und schön, dass ihr auch bei diesem Video wieder mit dabei seid. Ja, ich habe hier eine kleine Freupost bekommen von der lieben Sabine Teuble. Das ist diese Woche, also gestern am Freitag ist das bei mir angekommen und ich habe mir einfach gedacht, wir gucken da, ich packe das jetzt mit euch gemeinsam aus und möchte mich so gleich bei der lieben Sabine bedanken. Und zwar, wie ihr seht, wunderschön eingepackt. Als erstes haben wir diese wunderschönen Anhänger. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Wunderschön koloriert. Auspacken und Freuen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Dann hat sie mir natürlich auch eine Karte mit rein. Das ist diese wunderschöne Karte hier. Einzigartig ist viel besser als perfekt. Da gebe ich dir vollkommen recht, meine Liebe. Auch die ist wunderschön, die Karte. Werde mal schauen. Ich glaube, das kann ich vorlesen. Liebe Susanne, ich hoffe, du freust dich über deine Freupost. Und sie ist gut angekommen. Viel Spaß beim Auspacken. Bleib gesund. Bleib kreativ. Liebe Grüße, Sabrina. Vielen lieben Dank, liebe Sabrina. Auch dir wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Und das war die Karte. So, dann haben wir hier eine kleine Verpackung. Etwas zum Tagversüßen. Da werden wir jetzt natürlich auch reingucken. Mal gespannt, was da drinnen ist. Ich werde es aber nicht ganz aufziehen. Ah, leckere Ostereier und Osterschokolade. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, das kann man immer sehr gut gebrauchen. Ein bisschen was zum Naschen. Das werde ich aber jetzt gleich wieder schließen. Das werde ich mir dann hier so am Tisch stehen lassen, damit ich dann, wenn ich wieder regelmäßig an meinen Basteltisch komme, werde ich das dann vernaschen. So, einmal das. Dann öffnen wir dieses hier. Bin ich gespannt, was da drinnen ist. Oh, guckt mal. Die Servietten werde ich mir schön aufheben. Vielleicht kann man die mal nochmal zum Verpacken brauchen. Und zwar einmal hier eine wunderschöne ETC-Karte. Sehr, sehr, sehr schön. Kleine Freunde. Gefällt mir sehr, sehr gut. Passt natürlich sehr gut zu den anderen. Und hier dann noch für dich eine Portion Glück. Das finde ich auch richtig toll. Vielen, lieben Dank, meine liebe Glück. Kann man immer gut gebrauchen. So, was haben wir hier noch? Das ist ein kleiner verpackter Notizzettel. So, guckt mal. Ja, das kann man immer gut gebrauchen. Das wird natürlich auch hier an meinem Basteltisch bleiben. Wenn ich was aufschreiben muss, dann kann ich das gleich nehmen. Wunder, wunderschön. Vielen, lieben Dank. Kann man immer gut gebrauchen. Was haben wir dann hier noch drinnen? Mit viel Liebe gemacht. Ja, da sieht man, dass alles mit viel Liebe gemacht ist. Oh, guckt mal. Einen Kugelschreiber. Einen Kugelschreiber kann man auch immer sehr, sehr gut gebrauchen. Die Verpackung ist echt richtig, richtig toll. Jetzt schaue ich, ob ich es wieder raufkriege. Wunder, wunderschön. Echt wirklich super schön. Passt alles super toll zusammen. So, und jetzt hole ich die letzten zwei Sachen raus. Dann werde ich das mal ein bisschen zur Seite geben. Und dann schauen wir, was wir hier noch haben. Dass man die Adresse nicht sieht. Oh. Okay, das lege ich jetzt gleich mal zur Seite. Guck mal, weil ich das kleine, feine Schreiber... Oh, ein Anhänger. Guckt mal. Sehr schön. Oh, sogar personalisiert mit meinem Namen. Wow, wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank. Mal gucken, wo ich mir den raufmache. Der ist mir für meinen Schlüsselanhänger natürlich viel zu schade. Dann werde ich mir, glaube ich, hier irgendwo schön hinhängen. Vielen, vielen lieben Dank. Dann lasse ich aber jetzt mal hier so heraußen liegen, dass man ihn noch schön sieht. Und jetzt gucken wir, was da noch drinnen ist. Ich bin dein Schutzengel. Okay. Guckt mal. Zwei Schutzengel. Ui, sind die schön. Guckt mal. Wow, sind die schön. Und auch so wunderschöne Farben. Wunderschön. Vielen lieben Dank. Die gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und liebe Sabrina, du hast mir echt eine sehr, sehr große Freude da mitgemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und danke nochmal. Und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, meine Lieben. Mach's gut. Tschüss.